ein Tresor voll ist und ich eben das nicht an kann, weil Tresor voll ist. Ach, wenn du wüsstest, das ist ja alles ein Tresor, aber. Das wird wahrscheinlich wieder sowas passieren wie immer. Letztes Jahr auch. Äh, du weißt schon, dass beim Wolfsding du das erhöhen konntest, ne? Ja, das wird dieses Mal wieder auch so passieren, wahrscheinlich, aber mir egal. So, mal gucken. Was kann ich denn mal rausnehmen? Leide weiter, leide weiter. Leidet, leidet bis ihr sterbt. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Nö, ich spiele gerne im Team. Ich spiele gerne im Team. Mir ist langweilig. Mir ist langweilig. Boah, was zu tun? Kolumbianisch, aus der Blüte des goldenen Zahn. Hahaha, echt geil. So, wenn ihr da nicht locker bleiben könnt, na dann. Acht. Hüftelspieler? Hä? Ach, patrouliere das Grabschiff. Weiß ich nicht, ich hab's vergessen. Wozu soll ich denn andere Waffen holen? Ich hab's vergessen. Mardus. der kleine hat mich vorhin sogar gekillt das lustige war jetzt hat mich vorhin gekillt ich schieß gerade auf den boss auf einmal war den kleinen herz gekillt war ich ja du Idiot alter Schwede der ist echt dämlich nur so kleine kleine Nebenbemerkungen er hat mich von vorne geschossen er hat von links geschossen du Idiot alter meine Fresse hirn gib den Menschen hirn genau Eins. Hot. Das war's. Ich kann 18. Ich hab nichts in der Rüstung. Ich hab nichts in der Rüstung. Oh man. Wahrscheinlich reicht. Schneller bitte, ich hab keinen Bock da zu sterben. Ach man muss ich schon wieder, ich hasse es. Sag mal, er hierher. Alter, ich bitte. Alter, wo sind die Gegner? Geht weiter. So, der Bapp ist leider weg. Oh Gott. Der Bapp war nie mit dem Warlock klar, fertig ist. Und ich komm mit dem Jäger nicht klar, fertig ist. Nee, das ist einfach so wie die es ist. Wenn du nicht damit klarkommst, dann komm damit klar. Dann, äh, ganz ehrlich, ich könnte, ich könnte euch die... Äh, die Stimmen aufnehmen. Die Stimmen aufnehmen. Nur das. Ob ich die Figuren aufnehmen darf, ist scheißegal. Mitte, 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 Mitte. Los. Ganz links. Alter. Oh Gott, ey. Ich bin da gestorben. Ein Wuchstab. Ich bin da gefällt. Ich hab ihn nicht. Da. Ich bin da gefällt. Und da. Ich hab ihn nicht. Ach. Alter, die kleinen Viecher von rechts, ey. Geh mir nicht auf den Kick, du scheiß Vieh. Du auch nicht. Meine Fresse, ey. Voll in Deckung, würde ich sagen, soll man sagen, gleich, ne? Oh, scheiße, ich guck dir das an, ey. Zwei Stück haben wir überlebt. Es können alle wieder belebt werden, jetzt. Jetzt können alle wieder belebt werden. Du, 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 du. Links, eins, eins, eins. Oh, nee, muss ich das sein? Immer ich. Hier ist keiner als hier Gegner gerade. Ich komm in die Mitte, ich komm lieber in die Mitte. Die Gegner sind keine hier, immer noch nicht. Ich bin tot. Alter, die Gegner kamen jetzt erst. Eben grad. Füßt ihn wieder. Oh, wie zumindest. Na, endlich. Exotisch. Exotisch. Yes. Exotisch. Quäst die Item. Ja, ein Minus. Cool. Mal gucken. 306. So, dann geht's jetzt weiter. Was war's denn jetzt? Ach ja, scheiß jetzt kommt ich da. Oh, da muss ich mir gleich antun. Oh Gott. Ich gehe nach Hause. Hedepark? Die wollen die Kiste haben. Das ist ne Exotische. Das ist neige. Das ist neig.